Schütze. Wir beginnen heute mit deinem täglichen Horoskop und legen im Anschluss deine heutigen Tarotkarten. Los geht's. Der heutige Tag markiert einen Wendepunkt für dich, Schütze, denn du schüttelst das Unwohlsein der letzten Tage ab und schöpfst neuen Elan. Dein Wohlbefinden, körperlich, geistig und emotional, erreicht einen Höhepunkt und treibt dich mit einem Enthusiasmus voran, der dir bisher gefehlt hat. Dieser Energieschub ist eine einmalige Gelegenheit, die anstehenden Aufgaben und die Ziele, die du dir für die Zukunft gesetzt hast, in Angriff zu nehmen. Lass dir diesen Moment nicht entgehen. Der Schwung, den du jetzt spürst, ist nicht flüchtig, sondern eine beständige Kraft, die dich für einige Zeit unterstützen wird. Nimm den heutigen Tag als Startlinie und Sprinte mit Zuversicht auf deine Ziele zu. Die heutige kosmische Ausrichtung bietet eine klärende Linse, durch die du die Unannehmlichkeiten, die in deinem Leben lauerten, betrachten kannst. Während einige dieses astrologische Wetter als Herausforderung oder sogar als Konfrontation empfinden, können andere es als Leuchtfeuer der Klarheit oder als Quelle der Belustigung sehen. Die Schlüsselbotschaft lautet, Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, loszulassen, was dir nicht mehr dient. Das kann bedeuten, dass du dich von ungesunden Ernährungsgewohnheiten verabschiedest oder die Trägheit ablegst, die dich bisher zurückgehalten hat. Denke daran, dass dein körperliches Wohlbefinden eng mit deiner Stimmung und deinem Lebensgefühl verbunden ist. Behandle deinen Körper mit der Ehrfurcht, die er verdient, und du wirst wahrscheinlich auch in anderen Bereichen deines Lebens positive Veränderungen feststellen. Wenn du mit edlen Absichten vorwärts schreitest, ist es wichtig, deinen Blick über den unmittelbaren Horizont hinauszuheben und die breitere Landschaft deiner Ambitionen zu betrachten. Auch wenn dein aktueller Weg mit deinen Zielen übereinstimmt, könnte eine breitere Perspektive Chancen und Herausforderungen aufzeigen, die du nicht bedacht hast. Beim Erfolg geht es nicht nur darum, ein Ziel zu erreichen, sondern auch darum, eine Reise zu gestalten, die auf lange Sicht nachhaltig und erfüllend ist. Wenn du deinen Blickwinkel erweiterst und strategisch denkst, wirst du feststellen, dass der Weg, der vor dir liegt, nicht nur klarer, sondern auch reich an Möglichkeiten ist. Heute verschwimmen die Grenzen, die deine Persönlichkeit normalerweise definieren, auf wunderbare Weise und laden dich ein, die vielen verschiedenen Charaktere zu erkunden, die in dir wohnen. Diese Beweglichkeit bietet eine einzigartige Gelegenheit, deinen Partner oder jemanden, der dir nahe steht, mit Facetten deiner Persönlichkeit zu überraschen, die sie bisher nicht kannten. Nutze diese Chance, spielerisch zu sein und mit verschiedenen Aspekten deiner Identität zu experimentieren. Dein ihr Liebster, er wird sich freuen, neue Facetten deines Charakters zu entdecken, die eure Beziehung bereichern und ihr mehr Tiefe verleihen. Mach dich auf eine angenehme Überraschung gefasst, denn dein Horoskop verrät dir die bemerkenswerten Zeichen, die deinem Liebesleben eine neue Dosis Aufregung verleihen und dein Herz höher schlagen lassen als je zuvor. Mach dich auf eine aufregende Reise voller unerwarteter Wendungen gefasst, denn das Universum hat sich verschworen, dir Momente purer Freude und Verbundenheit näher zu bringen. Ob es eine spontane Geste deines Partners ist, die dich sprachlos macht, oder eine zufällige Begegnung mit jemandem, der einen Funken in dir entzündet, diese Zeichen sind wie Brotkrumen, die dich zu neuem Glück und Erfüllung führen. Bleib also wachsam und genieße die glücklichen Momente, die sich dir bieten, denn die Liebe liegt in der Luft und das Universum ist auf deiner Seite. Der majestätische hölzerne Drache winkt uns zu Beginn des chinesischen Neujahrs und verspricht ein Jahr voller Vertrauen, Mut und dem bezaubernden Reiz des Unbekannten. Diese verheißungsvolle Zeit ist aufgeladen mit den legendären Eigenschaften des Drachens, Stärke, Würde und Glück, und kündigt eine Zeit großer Errungenschaften und zufälliger Gelegenheiten an. Der sanfte Fischemond ergänzt diesen Übergang und ermutigt zur Selbstbeobachtung und spirituellen Ausrichtung auf die schützende Aura des Drachen. Für alle, die im Zeichen des Affen, des Hahns oder des Schweins geboren sind, stehen die Sterne günstig und versprechen ein Jahr, in dem Glück und Wohlstand deine treuen Begleiter sind. Mach dir die Magie des Drachen zu eigen und lass dich von seinem edlen Geist durch das kommende Jahr führen. Nun geht es gleich weiter mit deiner Tarot-Lesung. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine wichtige Nachricht. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Es geht weiter mit unserer täglichen Tarot-Lesung, bei der du einen schnellen Einblick für den Tag erhältst. Wir ziehen drei Karten, um die wichtigsten Einflüsse für deinen Tag zu verstehen. Diese inspiriert dich, eine Perspektive zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Los geht's! Die 7 der Kelche steht für eine Situation, in der du mit einer Vielzahl von Entscheidungen und Möglichkeiten konfrontiert wirst. Sie zeigt an, dass du dich vielleicht überwältigt oder verwirrt fühlst, weil du zu viele mögliche Wege in Betracht ziehst. Die Kernaussage dieser Karte ist, dass es zwar zahlreiche Möglichkeiten gibt, aber nicht alle von ihnen vorteilhaft oder realistisch sind. Du musst deine Optionen sorgfältig abwägen. Es ist wichtig zu unterscheiden, was bloßes Wunschdenken ist und was tatsächlich realisierbar ist. Konzentriere dich darauf, herauszufinden, was dir am wichtigsten ist und was mit deinen langfristigen Zielen übereinstimmt, anstatt dich von dem verführen zu lassen, was sofort verlockend erscheint. Die 4 der Stäbe ist eine Karte, die Feiern, Freude und Gemeinschaftssinn symbolisiert. Sie steht für eine Phase der Stabilität und des Erfolgs in deinem Leben, sei es in persönlichen Beziehungen, bei gemeinsamen Projekten oder bei persönlichen Erfolgen. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dir ein starkes Fundament geschaffen hast und darauf aufbauen kannst. Sie ermutigt dich, die Fortschritte und Meilensteine, die du erreicht hast, anzuerkennen und zu feiern. Die 4 der Stäbe erinnert dich daran, das Unterstützungssystem um dich herum, einschließlich Freunde, Familie und Kollegen, zu schätzen und ein Gleichgewicht zwischen harter Arbeit und dem Genießen der Belohnungen für deine Bemühungen zu finden. Sie ist eine Aufforderung, die Momente der Freude und Verbundenheit mit anderen zu schätzen. Der König der Kelche symbolisiert emotionale Intelligenz, Weisheit und eine mitfühlende Einstellung. Diese Karte kann für eine Person in deinem Leben stehen, die verständnisvoll ist und wertvolle Ratschläge gibt, jemand, der seine Emotionen im Griff hat und andere anleitet. Sie kann aber auch darauf hinweisen, dass du diese Qualitäten in deiner jetzigen Situation übernehmen solltest. Der König der Kelche rät zu einem ausgewogenen Ansatz bei der Entscheidungsfindung, bei dem Einfühlungsvermögen und Rationalität Hand in Hand gehen. Es geht darum, deine Gefühle in deine Entscheidungen einfließen zu lassen und gleichzeitig die Kontrolle über sie zu behalten. Diese Karte betont, wie wichtig es ist, sowohl dein eigenes emotionales Wohlbefinden als auch das deiner Mitmenschen zu fördern. Und ermutigt dich, die Herausforderungen des Lebens harmonisch und überlegt anzugehen. Inmitten von Entscheidungen Klarheit finden In dieser Lesung zeigt die Kombination aus der Sieben der Kelche, der Vier der Stäbe und dem König der Kelche eine Reise von der Verwirrung zur Klarheit. Die Sieben der Kelche ermutigt dich, die vielen Möglichkeiten, die dir die Sieben der Kelche bietet, zu durchforsten und mit Unterscheidungsvermögen herauszufinden, welche Wege mit deinen wahren Zielen übereinstimmen. Die Vier der Stäbe lädt dich dazu ein, deine Erfolge anzuerkennen und zu feiern und erinnert dich daran, wie wichtig Gemeinschaft und Freude in deinem Leben sind. Schließlich gibt dir der König der Kelche Ratschläge, wie du diese Entscheidungen und Herausforderungen mit emotionaler Intelligenz und Mitgefühl meistern kannst. Die übergreifende Botschaft ist, dass du Entscheidungen mit klarem Verstand und Herz treffen sollst, indem du dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist, und mit Zuversicht und Zielstrebigkeit vorankommst. Vielen Dank.